Also, ich fahr gemütlich Richtung Wald und sehe, da steht so ein weißer Jeep am Straßenrand. Det war doch der Dieter da drin. Aber warum, fragt es ihm eine Birne, warum sitzt er einfach so da mitten auf der Landstraße und steigt nicht aus? Na, det begreift doch selbst der dövste Jockey, weil er was hat, weil er mit seiner Frau überkreuzt ist und zwar mächtig. Krypki, sagt Sonja beschwörend. Wenn Dieter und ich im Streit wären, hätte ich das doch mitgekriegt, oder? Sind wir aber nicht. Nicht, fragt Krypki. Nö, sagt Sonja. Dieter hält öfter mal einfach so inne, weil ihm was eingefallen ist, weil er was gesehen hat oder einfach nur so. Normal ist det aber nicht, drummelt Krypki. Für ihn schon, aber trotzdem danke, Krypki, dass du dich kümmerst. Ach, weißt du, lieber einmal mehr als mehrmals weniger, wenn du verstehst, was ich meine. Klar, finde ich gut.